...einen Rackenrollen, dem geht immer mal was kaputt, nicht erschrecken, da muss ich immer was reparieren, es könnte sein, dass das... Vielleicht kennen Sie den auch noch, im ganz alter, wenn wir einmal beim Rackenrollen sind, ja? ...einen Rackenrollen, zwei Mal, drei Akkorde und viel Spaß dabei, zwei Mal. ... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank.